Die längste Hängebrücke der Welt, hier im Harz, im SAW-Land, rechts neben der Rappotetalsperre. Sie ist über 440 Meter lang und da vorne geht es 100 Meter runter. Ein bisschen schwingt es, wenn man sich viel Mühe gibt. Ansonsten ist sie sehr stabil gebaut, also auch mit Höhenangst kann man hier drüber laufen. Sollte vielleicht nur nicht nach unten gucken durch die Gitter, denn da sehen die Autos und die Menschen doch aus wie kleine Modellfiguren. Also doch schon ganz schön hoch, aber wenn man Höhenangst hat, einfach nach oben schauen, den Harz genießen, wunderbar von hier aus.